Letztenz Bien Catilato, Prophezeiung von Oliver Pocher, in ersten Schoß rausfliegen Oliver Pocher prophezeit Beyond Catilato eine Letztenz-Pleite.Oliver Pocher sicher, Bien Catilato wird es nicht weit bei Letztenz bringen. Bien Catilatus, 39, Letztenz-Teilnahme sorgte bereits im Vorfeld für Gesprächsstoff. Der Glücksgeruch wurde erst kürzlich als Ersatzkandidat bekannt gegeben, nachdem Simon Brunner, 26, sich verletzt hatte. Bislang kommt Beyond jedoch weder bei den Fans noch bei der Jury sonderlich gut an. So war auch Joachim Lambis, 59, Urteil nach der Kennenlern-Show ziemlich hart, er findet, dass Beyond viel zu viel redet. Das kann er in seinen eigenen Schoß machen, das brauchte er aber bei uns nicht zu tun. Hier soll er tanzen und abliefern und nicht quatschen, so der Juro-Genervt. Wenig überraschend glaubt auch Oliver Pocher, 46, nicht an Bien's Tanz-Talent. Für mich ganz großer Kandidat, in den ersten zwei Sendungen rauszufliegen, mutmaßt er in seinem Podcast die Pochus. Frisch recycelt. Tatsächlich sind es eher andere Paare, die zu den Favoriten gehören. Bien tanzt an der Seite von Marta Arndt, 34, die es bis jetzt noch nie ins Finale geschafft hat. Ihren besten Platz erreichte die gebürtige Polen 2012 zusammen mit Ex-Leichtathlet Lars Riedl, 56. Ein schlechtes Omen? Das ist Beyonds Ziel bei Let's Dance. Auch wenn sich erst noch zeigen wird, wer tatsächlich Chancen dazu hat, Dancing-Star zu werden, ist ein Sieg ohnehin nicht unbedingt das Ziel des 39-Jährigen. Natürlich geht es vor allem um Spaß und darum, sich selbst herauszufordern, meine Motivation ist diese wunderschöne Reise. Ich will mich selbst noch besser kennenlernen, den Leuten zeigen, wer ich wirklich bin, so Beyond. Punkt und noch etwas wünscht der Motivationskutsch sich, ich möchte meiner Familie in Indien die Auftritte zeigen, sie verstehen die Sprache des Tanzens. Sonst wissen die immer nicht so genau, was ich hier in Deutschland eigentlich mache. So habe ich die Chance, Ihnen das zu zeigen. Punkt, Punkt Oliver Pocher sicher, ohne mich wäre Biel nicht bei Let's Dance. In Pochers neuem TV-Format geht es darum, dass Familien 100.000 Euro im eigenen Zuhause suchen müssen. Das Geld wird vorher von einem Experten-Team versteckt. Anschließend haben die Familien dann 30 Minuten Zeit, das Geld zu finden. Ohne Uhr, und damit jeglichem Zeitgefühl, können sich die Showteilnehmer also eine beträchtliche Summe ersuchen. Der Komiker führt mit altbekanntem Konzept durch die jeweiligen Sendungen, ich sehe es als meinen Job, die Leute zu unterhalten, erklärt der Moderator. Punkt im Genre der Unterhaltung ist Oliver Pocher durchaus einer der großen Namen im deutschsprachigen Showbusiness. Kürzlich schafft er es mit seinem Liebes-Casper-Programm sogar bis nach Las Vegas. Das war ein ganz neuer Ansatz. Ich habe das Programm auf Englisch gespielt, das war ganz neu für mich. Meine Lebenssituation auf Englisch zu beschreiben, ist verdammt lustig, so der Entertainer, dessen. Lebenssituation tatsächlich recht ereignisreich ist, vor allem seit den letzten sechs Monaten. Im September verkündeten Oliver und Amira Pocher, 31, ihre Trennung. Schnell überschlugen sich die Schlagzeilen, dennoch Ehefrau des Komikers wurde eine Liebesbeziehung mit Motivationscoach Björn Cattelato nachgesagt, was beide in einem Statement entschieden dementierten. Daraufhin erweckte Oliver Pocher wiederum eine neue Figur zum Leben. Als Dalaikama parodiert er seinen scheinbaren Nebenwille und dessen spirituelle Lebensanstellung. Björn Cattelato ist seitdem in aller Munde und flimmert seit letztem Freitag auch über das Let's Dance Parkett, immer freitags, 20. 15 Uhr, RTL. Angesprochen auf den Künstler erzählt Oliver Pocher im Interview mit Bunte. Er wurde überzeugt, ehrlich gesagt wäre Bielen ohne mich nicht bei Let's Dance. Ich habe ihn dadurch, dass ich mich darüber lustig gemacht habe, ja auch auf den Radar gebracht. Dass Pocher mit seinen Aussagen polarisiert, für ihn Teil seines Markenzeichens, ich habe mich damit abgefunden, dass ich sowieso immer spalte. Durch die Schlagzeilen habe ich eine Bühne und damit arbeite ich, erklärt er. Das sind die letzten Spare 2024. Detlef D. Sost und Ekaterina Leoneva.Bion Cattelato und Marta Arndt.Mark Keller und Katrin Menzinger Tillmann Schulz und Patrice Haionel.Stefano Zarella und Maria Maxina.Gabriel Kelly und Malika Zemev Das ist die erste Angehörung.Stefano Z pueden im Untertitelung des ZDF namens der ZDF namens der ZDF. Und ich habe das, was ich glaube, das ist die erste Angehörungen. Ich habe das, was ich mir nicht gestanden. Und ich habe vor allem, da war's.